Herzlich willkommen zum Mathe-Adventskalender. Schaffst du alle 24 Rätsel, bist du so schlau wie ich? Fast. Herzlich willkommen zu Tag 5 des Rätsel-Adventskalenders. Davor schauen wir uns Lösung von Rätsel Nummer 4 an. Es ging. Frau X, Sie haben ja eine Katze mit einem süßen weißen Schwanz. Wie viele Katzen haben Sie denn? Frau Y, nicht so viele. Frau Z von nebenan hat 20 Katzen, viel mehr als ich. Frau X, wie viele haben Sie denn nun? Frau Y, wenn so unter meinen Katzen zwei zufällig herausgreifen, dann ist die Chance, dass beide einen weißen Schwanz haben, 50-50. Wie viele Katzen hat Frau Y und wie viele haben einen weißen Schwanz? Und jetzt gibt es die Lösung dazu. Zuerst sage ich einmal, K sollen alle Katzen sein und W die Katzen mit einem weißen Schwanz. Wenn ich jetzt zwei Katzen herausgreife, kann ich für die erste Katze jede Katze greifen. Bei der zweiten Katze habe ich noch alle Katzen übrig, bis auf eine. Nämlich die erste ist ja schon weg. Um jetzt alle Möglichkeiten zu berechnen, muss ich das Ganze miteinander mal nehmen. Gleiches Prinzip mit den Katzen mit weißem Schwanz. Für die erste Katze kann ich alle Katzen mit weißem Schwanz ziehen. Bei der zweiten Katze bleiben alle Katzen mit weißem Schwanz noch übrig, bis auf eine, nämlich die, die ich schon gezogen habe. Da, für alle Möglichkeiten, muss ich das Ganze wieder miteinander multiplizieren. Allgemein, die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis ist immer Anzahl der günstigen Ergebnisse durch Anzahl der möglichen Ergebnisse. Günstiges Ergebnis, wir wollen ja weiße Katzen ziehen. Und das muss ich also durch die Anzahl aller Katzen teilen. Und das Ganze soll eine Wahrscheinlichkeit von 50-50 haben, also von 1,5. Und damit rechne ich jetzt weiter. Ich möchte jetzt diesen Bruch hier wegbekommen. Hier steht ja eigentlich geteilt, also rechne ich das Gegenteil auf beiden Seiten mal das Rote. Dann habe ich links noch das Blaue übrig und rechts ein Halb mal das Rote. Jetzt möchte ich keinen Bruch mehr haben. Hier steht ja ein Halb. Ich rechne das Gegenteil auf beiden Seiten mal 2. Die ein Halb fallen weg und links habe ich zweimal das Blaue. Ich suche jetzt also ein Zahlenpärchen, der ich die eine Zahl multipliziert mit ihrem Vorgänger verdoppeln muss, um auf die andere Zahl multipliziert mit deren Vorgänger zu kommen. Ich habe jetzt hier mal die ersten 10 Zahlen ausprobiert. Und dann erkenne ich, dass hier das Doppelte von dem vorkommt. Das heißt, die Zahlen sind 3 und 4. 3 sind natürlich die Katzen mit weißem Schwanz. 4 sind alle Katzen. Wenn ich das Ganze jetzt hier in meine Formel einsetze, für W also 3, für K gleich 4 eingesetzt, habe ich das hier. Ich habe also im Zähler 3 mal 2, im Nenner 4 mal 3, also 6 Zwölftel. Und das kann ich kürzen zu 1 Halb, also zu 50-50. Daher stimmt diese Lösung. Schreib mal in die Kommentare, welches Zahlenpaar wäre das nächste. Schreiben wir mal, was sich in der Türchen 5 versteckt. Vorher noch ein Hinweis. Die Lösung zu dieser Aufgabe gibt es im Video am 6.12. Und schreibe in die Kommentare, wie schwierig du die Aufgabe fandest. Von 1 extrem einfach bis 10 extrem schwierig. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt Rätsel Nummer 5. Ich habe 5 Gläser in einer Reihe. Die ersten 3 sind gefüllt, die anderen beiden sind leer. Wie kann ich, indem ich nur ein Glas bewege, erreichen, dass sie abwechselnd voll und leer sind? Viel Spaß damit! Ich teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!